Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema NIST-2 Konformität durch Cybersicherheit. Mein Name ist Amir und ich freue mich, Sie durch dieses wichtige Thema zu führen. Die zunehmenden Bedrohungen im digitalen Raum und die steigenden Anforderungen an die Sicherheit kritischer Infrastruktur erfordern eine Anpassung der Sicherheitsstrategien von Unternehmen und Organisationen. Heute möchten wir diskutieren, wie Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen mit den erweiterten Funktionen von Synology verbessern und die NIST-2-Richtlinie erfolgreich umsetzen können. Dabei ist zu beachten, dass Synology keine Komplettlösung für die Einhaltung der NIST-2-Richtlinie bietet, jedoch wesentliche Aspekte abdeckt. Mein Team steht Ihnen wie gewohnt im Chat zur Verfügung, um Ihre themenbezogenen Fragen zu beantworten und Sie bei Ihren Anliegen zu unterstützen. Also zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Schauen wir uns direkt unsere heutige Agenda an. Im ersten Teil werden wir uns mit den NIST-Richtlinien und den Neuerungen der NIST-2-Richtlinie befassen. Im zweiten Teil besprechen wir eine der wichtigsten Risikomanagement-Maßnahmen der NIST-2-Richtlinie, also Backup-Management oder Backup-Lösungen. Diese sind entscheidend, wie Sie wissen, um Ihre Organisation von Cyberbedrohungen zu schützen. Im dritten Teil zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr NAS vor Cyberangrippen, wie z.B. Malware oder Ransoware, schützen können. Abschließend werde ich kurz die Worm-Funktion von Synology erläutern. Also diese Funktion ist besonders für Unternehmen nützlich, die gesetzliche Vorschriften zum Langzeitarchivierung von Daten einhalten müssen. Außerdem erkläre ich Ihnen, wie Sie Ihre Dateien mit unveränderlichen Snapshots schützen können. Beginnen wir mit dem ersten Teil. Was sind NIST-Richtlinien? NIST steht für Network and Information Systems, auf Deutsch Netz- und Informationssysteme. Es bezieht sich also auf die Systeme, die für den Betrieb von Netzwerken und die Verwaltung von Informationen verwertet werden. Im Kontext der NIST-Richtlinie geht es um die Sicherung und den Schutz dieser Systeme. Die NIST-Richtlinien, auch bekannt als die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinien, sind EU-Vorschritten zur Verbesserung der Cybersicherheit in den Mitgliedstaaten. Die NIST-Richtlinien ziehen darauf ab, ein hohes Sicherheitsniveau für Netz- und Informationssysteme in der gesamten EU zu gewährleisten. Dies betrifft besonders Unternehmen und Organisationen, die in kritischen Bereichen tätig sind, wie zum Beispiel Energieversorgung, Verkehr, Bankwesen, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur. Die Richtlinien fordern diese Unternehmen auf, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und erhebliche Sicherheitsvorfälle an die zuständigen Behörden zu melden. Die erste NIST-Richtlinie, also NIST I, wurde am 6. Juli 2016 vom Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet und trat am 8. August 2016 in Kraft. Die Mitgliedstaaten mussten diese Richtlinie bis Mai 2018 in nationales Recht umsetzen. Warum sind NIST-Richtlinien notwendig? In den letzten Jahren haben Cyberangriffe in Häufigkeit und Komplexität zugenommen. Ransomware, Phishing, DDOS-Angriffe und staatlich gesponserte Cyberangriffe stellen ernsthafte Bedrohungen für Organisationen und kritische Infrastrukturen dar. Zweitens die veränderliche Bedrohungslandschaft, das heißt die stetige Entwicklung neuer Technologie, bringt auch neue Sicherheitsrisiken mit sich, die kontinuierlich adressiert werden müssen. Viele wesentliche Dienstleistungen wie Energieversorgung, Wasser, Gesundheitswesen und Transport sind stark von IT-Systemen abhängig. Störungen oder Ausfälle in diesem System können schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Also ein hohes Maß an Sicherheit ist erforderlich, um Ausfälle oder Unterbrechungen in diesen kritischen Sektoren zu verhindern. Einheitliche Sicherheitsstandards. Vor der Einführung der NIST-Richtlinien hatten die EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Sicherheitsstandards. Eine Harmonisierung ist notwendig, um ein gleichmäßiges Sicherheitsniveau in der gesamten EU zu gewährleisten. Das heißt auch bessere Zusammenarbeit und Koordination zwischen den EU-Mitgliedstaaten sind erforderlich, um Cyberbedrohungen effektiv zu bekämpfen und Sicherheitsvorfälle zu bewältigen. Erhöhung der Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Die NIST-Richtlinien legen Mindestanforderungen für die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen fest, die Betreiber wesentlicher Dienste und digitale Dienstleister umsetzen müssen. Auch schnelle Reaktionen auf Sicherheitsvorfälle, also durch die Etablierung von Meldepflichten und Reaktionsplänen, können Sicherheitsvorfälle schneller erkannt und effektiver behandelt werden. Schutz personenbezogener Daten. Das heißt, die Richtlinien tragen dazu bei, die Integrität und Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten zu gewährleisten, was besonders im Kontext der Datenschutzgrundverordnung, so DSGVO wichtig ist. Durch die Sicherstellung hoher Sicherheitsstandards steigt das Vertrauen der Nutzer in die digitale Dienste und die zugunterliegende IT-Infrastruktur. Die Richtlinien legen klare Verantwortlichkeiten für die Cyber-Sicherheit fest, sowohl für öffentliche als auch für private Sektoren. Sanktionen und Durchsetzungsmaßnahmen gewährleisten, dass die Fortschritte eingehalten werden und Verstöße angemess gehandelt werden. Zusammengefasst sind die NIS-Richtlinien notwendig, um die Cybersicherheit in der Europäischen Union zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberbedrohungen zu stärken und sicherzustellen, dass kritische Infrastrukturen und digitale Dienste zuverlässig und sicher betrieben werden können. Was ist die NIS-2-Richtlinie? Die NIS-2-Richtlinie ist eine überarbeitete Version der ursprünglichen NIS-Richtlinien, also NIS-1 der Europäischen Union. Diese Richtlinie zielt darauf, auch die Cybersicherheit in der EU weiter zu verbessern und an die gestiegenen Anforderungen und Bedrohungen im digitalen Raum anzupassen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kommt zu dem Schluss, dass die Bedrohung im Cyberraum so hoch ist wie nie zuvor. In seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2023 betont es, dass Cyberangriffe nicht nur zunehmend professioneller werden, sie treffen auch immer öfter kleine und mittlere Organisationen, Kommunen und staatliche Institutionen. Hinzu kommen vollkommen neue Risiken durch natürlich künstliche Intelligenz. Die NIS-2-Richtlinie ist also eine Antwort der EU auf diese Bedrohungslage. Sie soll eine Kultur der Sicherheit in allen Sektoren, die für unsere Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, also gewährleisten. Dazu nimmt sie Unternehmen in die Pflicht und zwar deutlich mehr als ihr Vorgänger. Bei NIS-2 handelt es sich um eine Cyber-Security-Richtlinie der EU, die am 16. Januar 2023 in Kraft trat. Sie folgt auf die 2016 eingeführte NIS-Richtlinie bzw. NIS-1-Richtlinie. Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis 17. Oktober 2024 in nationales Recht überführen. In Deutschland existieren bisher fünf Referentenentwürfe für das NIS-2-Umsetzungs- und Cyber-Sicherheitsstärkungsgesetz. Diese geben schon einen Ausblick darauf, was betroffene Unternehmen erwartet. Für wen gilt die Cyber-Security-Richtlinie? Wer ist betroffen? Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen etwa 25.000 und 40.000 Unternehmen in Deutschland von der NIS-2 betroffen sind. Die NIS-2-Richtlinie betrifft eine breite Palette von Branchen und Unternehmen, die als Betreiber kritischer Infrastrukturen oder Anbieter wichtiger digitaler Dienstleistungen gelten. Ob Unternehmen von der NIS-2-Richtlinie betroffen sind, hängt vom Tätigkeitsbereich und der Unternehmensgröße ab. Dabei ist zu beachten, dass die NIS-2-Richtlinie für deutlich mehr Bereiche relevant ist als die erste NIS-Richtlinie. Es wird zwischen Sektoren mit hoher Kritikalität und sonstigen kritischen Sektoren unterschieden. Darüber hinaus gibt es die Kategorien besonders wichtige Einrichtungen und wichtige Einrichtungen, was vor allem für die staatliche Aufsicht und Sanktionsmöglichkeiten wichtig ist. Die NIS-2-Richtlinie legt außerdem neue Schwellenwerte basierend auf der Betriebsgröße fest. Also die Sektoren sind, wie wir sehen, besonders wichtige Einrichtungen. Da sind Energie, Transport, Unverkehr, Finanzen und Versicherungswesen, Gesundheitswesen, Trinkwasser, Abwasser, Informationstechnik und Telekommunikation, Weltraum drin. Also das sind Sektoren. Unter wichtigen Einrichtungen gelten wieder all diese Sektoren und dann haben wir auch neue Sektoren wie Chemie, Forschung, bearbeitendes Gewerbe, digitale Dienste, Lebensmittel, Entsorgung. Des Weiteren spielt die Größe des Unternehmens eine Rolle, um zu definieren, ob es sich um eine besonders wichtige oder wichtige Einrichtung handelt. Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten oder weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz fallen nicht unter die NIS-2-Richtlinie. Hier können wir sehen, also besonders wichtige Einrichtungen. Das sind Großunternehmen ab 250 Mitarbeiter oder ab 50 Millionen Euro Umsatz und Bilanz ab 43 Millionen Euro. Und Unternehmen, also Sektoren, die ab 50 Mitarbeiter Arbeitern oder ab 10 Millionen Euro Umsatz und Bilanz, ab 10 Millionen Euro haben, werden dann in die Kategorie wichtige Einrichtungen eingestubt. Ein Hinweis, die Unternehmen müssen sich registrieren lassen, werden von niemanden offiziell darauf hingewiesen. Das bedeutet, dass die Unternehmen selbst entscheiden, erkennen müssen, ob sie den Geltungsbereich der NIS-2 fallen. Was ich bisher herausgefunden habe, ist, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen NIS-Checker entwickelt wird, wo Unternehmen dann selbst herausfinden können, ob sie von der Richtlinie betroffen sind oder nicht. Und außerdem wird das BSI auch eine umfangreiche öffentliche FAQ auf ihrer Webseite erstellen. Wann das sein wird, weiß ich nicht genau. Was sind die wichtigsten Neuerungen der NIS-2? Abgesehen davon, dass die Zahl der betroffenen Einrichtungen stark gestiegen ist, bringt die NIS-2 vor allem folgende Änderungen für Unternehmen mit sich. Ein zentraler Aspekt ist ein NIS-2-konformes Risikomanagement für die Informationssicherheit. Also Unternehmen, die als wesentliche oder wichtige Einrichtungen eingestubt werden, sind verpflichtet, angemessene und verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken für die Sicherheit ihrer Netz- und Informationssysteme zu beherrschen und die Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen zu verhindern oder zu minimieren. Die NIS-2-Richtlinie fordert somit auch technische und organisatorische Maßnahmen. Erfreulich ist es, dass die Richtlinie dezidierte Beispiele für Mindestmaßnahmen gebe. Die Size-Gap-Regel sieht unterschiedliche Vorgaben je nach Unternehmensgröße vor. Also kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen müssen also im Regelfall nicht dieselben Mindestvoraussetzungen erfüllen wie große Betriebe. Und hier sehen wir also erstes Mehrmaßnahmen, Risikomanagementmaßnahmen als Eckpfeiler der NIS-2-Richtlinie und unter diesen Maßnahmen sind natürlich Aufrechthaltung des Betriebs, Backup-Management und Wiederherstellung, auch Einsatz von Kryptographie und gegebenenfalls Verschlüsselung und Sicherheit des Personals, Konzepte für die Zugriffskontrolle und Management von Anlagen, Multifaktor-Authentifizierung und gesicherte Notfallkommunikationssysteme. Strengere Meldepflichtenorganisationen müssen einen bedeutenden Sicherheitsvorfall innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie ihn entdeckt haben, an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also kurz BSI, melden. Innerhalb von 72 Stunden müssen sie eine erste Bewertung abgeben und innerhalb eines Monats einen detaillierten Abschlussbericht. Strenge Aufsicht, als Aufsichtsbehörde wird wahrscheinlich das BSI operieren, es wird mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet sein, im allerdings unwahrscheinlichen Extremfall könne es eine Geschäftsführung sogar zeitweise verbieten, ihr Unternehmen zu führen, was hohe Geldstrafen bei Nichtbefolgung der NIS II drohen. Schulungsverpflichtung für die Geschäftsführung, Schulungsverpflichtung für die Geschäftsführung auch an anderer Stelle nimmt die NIS II die Geschäftsführung in die Pflicht, diese hat nun nicht mehr die Möglichkeit alle Maßnahmen rund um die Cybersicherheit einfach zu delegieren, sondern muss zum Beispiel aktiv Risikomanagement-Maßnahmen billigen. Sogar eine Schulungsverpflichtung für die Geschäftsführung sieht die NIS II vor. Soviel über NIS II Richtlinie. Um weitere Details über NIS II Richtlinie zu erhalten, empfehle ich Ihnen, das Amtsblatt der EU zu konsultieren, wo Sie umfassende Informationen zu den Richtlinien finden können. Zusätzlich ist es ratsam, eine Beratung durch einen Experten auf diesem Gebiet in Betracht zu ziehen.